Welche Einstellungen solltest du in der Godot Engine 4 kennen, um ein passendes Optionsmenü für dein Spiel selbst bauen zu können? Wie sprechen wir all diese Einstellungen überhaupt über C Sharp und .NET an und wie speichern und laden wir diese auch am besten? Hier ist euer TrueDMostWanted und das ist die goldene Folge Nummer 30 des Godot Engine 4 Guides für C Sharp und .NET, deiner anfängerfreundlichen Tutorial-Serie, bei der ich dir in jeder Folge einen Themenbereich aus Godot 4 mit einfachen Worten erkläre. Gebt dem Video jetzt schon einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, gerne auch den Kanal abonnieren, um vor allem die bald kommenden neuen Tutorial-Serien nicht zu verpassen und wie immer gilt auch, schreibt gerne Feedback, Rückfragen und auch Themenwünsche in die Kommentare unter diesem Video. Vielen Dank im Voraus und jetzt viel Spaß beim Lernen in der heutigen Folge, wir legen los! In der heutigen Folge nutze ich die Godot Engine 4.3 Beta 1, aber du kannst das Tutorial natürlich genauso auch mit der 4.0, der 4.1 oder 4.2 beliebig nachmachen. Zuerst müssen wir wie immer ein neues Projekt erstellen, hier oben über den Button Create und da geben wir auch direkt den Namen 30-Game-Settings, denn darum geht es ja heute. Dann wählen wir einen Ort aus zum Speichern, in meinem Falle hier den Tutorial-Ordner, den wir auch hier unten bestätigen und dann können wir auch über Create und Edit direkt rein ins Projekt und es wird erstellt. Zuerst bereiten wir das Datei-System vor, unten links hier im Projekt, rechts klick auf den REST-Ordner Create New Folder und wie immer gilt, ich mache 4 Ordner, einmal den Ordner Scenes, einen neuen Ordner mit Packed Minus Scenes für Objektvorlagen, einen dritten eben namens Resources für eben Dateien wie Audio, Video, Bilder und Co. und wir haben auch Nummer 4 für Scripts, eben unsere C-Sharp-Dateien. Ich fette die noch passend für dich ein für dieses Video hier, Packed Scenes kommt bei mir immer auf grün, Ressourcen mache ich für euch auf gelb, dann haben wir noch Szenen, die mache ich hier immer auf rot und zum Schluss die Skripte mache ich für euch immer blau. Jetzt erstellen wir direkt die Szene, einfach hier oben eine Other Node als Button auswählen, das ist die ganz normale Node in Godot und die können wir auch, wenn wir wollen, umbenennen zu Application und dann das Ganze per STRG-S oder auf den Tab über dem Viewport hier oben rechtsklicken, Save Scene oder Save Scene S im Szenenfolder als Application.tscn speichern. Danach können wir die Szene im Dateisystem unten links auswählen und nochmal per Rechtsklick zur Hauptszene ernennen, damit die eben geladen wird, wenn wir unsere Anwendung starten. Als nächstes erstellen wir jetzt eine Klasse für die verschiedenen Bereiche der Einstellungen und dafür müssen wir im Scripts Ordner hier einmal rechtsklick, Create New, Script auswählen, wir wählen als Sprache C-Sharp, leiten ab von der ganz normalen Node-Klasse und wählen hier unten als Namen SettingsController.cs und dann können wir auch hier auf Create drücken und dann wählen wir unsere C-Sharp-Datei hier unten links einmal aus, per Rechtsklick der vorletzte Eintrag hier unten, Open an External Program und dann startet eben deine IDE, deine Entwicklungsumgebung, in meinem Falle hier JetPrantsRider mit dem gesamten C-Sharp-Solution-Projekt, dem öffnen wir das Ganze und das vertrauen wir auch, ist ja immerhin unser eigenes Projekt. Zuerst geben wir der Klasse oben einmal das Global Class Attribut, das wir nachher unsere Klasse auch im Node-Katalog in Godot in der Szene wiederfinden können und dann löschen wir hier unten die Unterstrich-Process-Methode komplett raus, denn die brauchen wir heute überhaupt nicht. Speichern Wenn du dir dein Spiel anschaust, hast du dir doch bestimmt auch schon die Frage gestellt, welche Einstellungen sind denn eigentlich für mein Spiel wichtig? Was kann ich dem Nutzer oder dem Spieler eben anbieten, damit es sich für ihn besser anfühlt? Vielleicht höhere Grafik, bessere Audio, Tastenbelegung oder auch ganz andere Sachen? Es kommt immer drauf an, was du entwickelst, aber es gibt grundlegend fünf Kategorien von Einstellungen, die du in jedem Spiel garantiert finden wirst, mal größer, mal kleiner. Anzeige und Video, Audio, Sprache, Steuerung und Gameplay. Die ersten vier davon sind in jedem Spiel definitiv vorhanden. Die letzte, nämlich Gameplay, ist abhängig davon, was du für eine Art von Projekt selbst baust gerade. Ich werde dir gleich nachfolgend für jede Kategorie zeigen, wo du die Einstellungen in der Godot Engine findest und danach auch, wie du sie per Code lesen oder eben ändern kannst. Außer eben bei Gameplay, denn da kommt es drauf an, was du selbst für ein Spiel baust. Dann werden wir dir nur Ideen geben, was du machen kannst. Und wenn wir mit allen fünf Kategorien fertig sind, dann kommen wir zum Thema Speichern und Laden. Beginnen wir in der Kategorie Anzeige- und Videoeinstellungen. Hier gibt es grundlegend neun Einstellungen, die du kennen solltest. Diese verteilen sich auf sowohl die Projekteinstellungen, aber auch diverse Nodes wie Window und Viewport, sowie aber auch Serverklassen via Code. Wir gehen es der Reihe nach durch. Fangen wir an mit der Bildschirmauflösung. Ihr kennt es klassisch, egal ob 16 zu 9, 32 zu 9 oder andere Auflösungen. Ihr könnt natürlich die Größe einstellen. Und wo macht man das in Godot? Natürlich in den Projekteinstellungen. Project, Project Settings hier oben. Und dann unter Display Window finden wir hier oben einmal die Viewport Width und die Viewport Hate. Diese beiden Sachen hier sind die Basisauflösung eures Spiels. Wir können mal hier eintragen 1920x1080, dann hätten wir erstmal die Full-HD-Auflösung. Wenn wir aber auf Advanced Settings klicken hier oben, und das empfehle ich by the way jedem, der sich ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, dann finden wir noch weitere Haken und hier unten die Window Whip Override und auch die Window Height Override. Diese beiden Einstellungen hier unten sorgen dafür, dass wir nämlich eine tatsächliche Auflösung definieren, mit der unser Fenster starten soll. Jetzt haben wir hier oben zum Beispiel 1920x1080. Wir könnten auch hier unten sagen 1280x720. Das heißt, unser Viewport hat diese Auflösung hier oben. Und wenn wir das Ganze starten als Fenster, kommt hier unten aber diese Auflösung raus. Das heißt, diese hier ist für uns wirklich relevant. Und wir müssen uns anschauen, wo das eben sitzt. Ich habe es gerade schon erwähnt, die Höhe und Breite, die kommt von der Window Node. Hier nochmal kurz zum Zeigen, wenn wir hier eine Window Node einfügen, rechtsklick als Child Node, und wir schnappen uns hier Window, dann finden wir auch hier rechts nochmal diese Size Eigenschaft. Das heißt, genau das hier ist diejenige, die wir ansprechen können. Das Root Window, was ja hier über unsere Application Node direkt oben drüber sitzt, ist für uns hier nicht zugänglich, sondern nur über die Projekteinstellungen. Per Code wiederum haben wir da mehr Möglichkeiten. Deswegen gehen wir in Rider und ich füge dir mal hier ein paar Methoden hinzu, die das Ganze schön erklären können. Und zwar wie folgt. Wir haben einmal hier oben eine Methode mit Public Vector2i, also ein Vector2i mit x und y, i für Integer. Und wir sagen hier GetWindowResolution. Wenn wir diese Methode hier auf der Klasse aufrufen, dann machen wir hier, gib uns erstmal das Root Window, also aus dem Szenentree, das Root Element, was ganz oben das Fenster ist, und dann gib mir mal davon aus dem Root Window die Size zurück. Das ist die aktuelle Fenstergröße. Die können wir hier uns lesen. Umgekehrt unten drunter geht das Ganze auch mit einer Fenster-ID über den sogenannten Display-Server in Godot. Denn wir können nämlich hier sagen, Display-Server-Window-Get-Size. Wir können uns also hier einfach direkt über einen Server alle Fenster und dessen Eigenschaften hier holen. Wenn wir es umgekehrt machen wollen und die Resolution von einem Fenster setzen wollen, dann brauchen wir eben die Auflösung, die wir haben wollen, eben zum Beispiel Full-HD und eben auch eine Fenster-ID. Damit können wir es ganz weise umgekehrt wieder hier für uns schreiben. Ein weiterer Weg hier ist auch noch zu sagen, wir nutzen SetResolution auf derselben Art und Weise wie das Get. Hier oben vom Root Window die Size einfach wieder zuweisen. In dem Fall das Size ist gleich Resolution. Das geht natürlich genauso hier. Also haben wir insgesamt vier Methoden, zwei Getter, zwei Setter, die wir nutzen können. Bedenkt, diese Eigenschaft, wie gesagt, gilt pro Fenster. Wenn eure Anwendung in Godot mehrere Fenster hat, egal ob die Embedded im Hauptfenster sind oder ob es verschiedene externe Fenster sind, dann könnt ihr für jedes einzelne davon eben diese Methoden aufrufen, fürs Setten und fürs Getten. Die zweite Einstellung ist der Fenstermodus. Vollbild oder Fenster? Grundlegend finden wir auch das unter Display, Window in den Project Settings und dann haben wir hier einmal den Eintrag Mode. Das ist ein INA mit fünf Werten und wir brauchen davon eigentlich nur zwei Stück, nämlich einmal Windowed und Fullscreen. Die anderen können wir erstmal ignorieren. Und diese Einstellungen hier in den Settings sind ja wie gesagt für das Hauptfenster, für unser Root Window. Wir finden den natürlich auch bei jeder einzelnen Window Node nochmal hier rechts, nämlich im Modus Windowed oder Fullscreen oder auch hier unten Exclusive Fullscreen. Im Code ist das Ganze genauso einfach wie gerade eben. Und zwar gehen wir hier hin und fügen diese Methoden mal ein. Wir haben einmal hier oben Public Bull Get Window Fullscreen Enabled. Und zwar wollen wir das Root Window aus unserem Szenenbaum haben und wir fragen dort einfach mal ab, ob dessen Mode Eigenschaft Fullscreen entspricht, ja oder nein. Wenn es Fullscreen ist, wissen wir, alles klar, es aktiviert, wenn nicht, muss es Fenstermodus sein. Umgekehrt hier unten drunter das gleiche mit dem Setten. Wir holen uns das Root Window und sagen dort, der Modus ist, wenn wir Fullscreen aktiviert setzen, eben der Eintrag Fullscreen aus dem Window Mode Enem. Und wenn es nicht Fullscreen sein soll, nehmen wir hier unten einfach Windowed. Das ist unser Setting dafür und so einfach kriegen wir das Ganze auch. Das Ganze geht natürlich genauso auch über den Display Server hier unten. Eben mit einer Fenster-ID können wir das Ganze entweder getten, über Display Server Window Get Mode oder eben über das Umgekehrte hier mit Set Mode. Wir haben beide Varianten zur Verfügung. Die nächste Einstellung ist, ob unser Fenster auch vergrößerbar sein soll, indem wir am Rahmen davon ziehen können. Das können wir einstellen über Project Settings und auch wieder in der Display Window hierbei, haben wir dann hier unten einmal den Haken für Resizable. Wichtig ist, dieses Resizable ist kombinierbar mit der Einstellung weiter unten bezüglich des Stretchens. Denn wenn wir Stretchen aktivieren, dann können wir alle Canvas Items oder auch den kompletten Viewport mit vergrößern oder verkleinern, abhängig von der Bildschirmgröße. Und wenn wir das nochmal hier unten einstellen, dann haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen unsere Aspect Ratio, unsere Auflösung eben von oben beibehalten oder ignoren oder von den Rand hinaus erweitern. Da haben wir also verschiedene vier Einstellungen hier nochmal, die wir mit dem kombinieren können. Für dich ist nur wichtig zu wissen, die Einstellung Resizable findest du auch hier auf dieser Node, einmal auf dem Root Window, aber auch auf jedem beliebigen Child Window. Wenn wir hier drauf gehen nochmal und wir schauen uns mal hier die Flex an, haben wir hier das umgekehrte eben Unresizable. Warum man das so genannt hat hier, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, wenn der Haken hier nicht gesetzt ist, ist dieses Child Window von der Größe her veränderbar. Und wenn der Haken hier gesetzt ist, dann ist es wiederum nicht veränderbar. Also genau umgekehrt zu den Project Settings. Im Übrigen sind die Einstellungen zum Scaling auch hier unten in der Window Node unter Content Scale versteckt. Die könnt ihr also auch genauso hier einstellen und auch per Code ansprechen, wenn ihr möchtet. Per Code aber wiederum dasselbe wie zuvor. Wir wissen, wie die Eigenschaft heißt, also können wir sie auch ansprechen. In unserem Falle also hier unten vier Methoden, die wir nutzen wollen. Und wir haben auch hier wieder die Möglichkeit, über das Root Element einmal das Ganze zu lesen. Und zwar, wie bereits erwähnt, umgekehrt. Das Resizing is enabled, wenn es nicht unresizable ist. Oder umgekehrt, wir setzen resize enabled, indem wir den Wert mit not umkehren. Es geht natürlich aber auch genauso wieder wie vorher über den Display Server. Und wir haben hier einmal das Window Get Flag eben mit resize disabled für eine Fenster-ID, das wir lesen können. Und wenn wir hier lesen wollen, ob das Ganze eben resizable ist, müssen wir auch den Wert einmal mit not umdrehen. Umgekehrt unten für Setten haben wir dasselbe einmal umgekehrt. Wir nutzen das Flag hierbei und setzen not is resize enabled hier für unsere Fenster-ID. Die vierte Einstellung ist V-Sync, vertikale Synchronisation. Wenn euer Spiel mit zum Beispiel 500 FPS läuft, euer Monitor aber nur 60 Frames die Sekunde kann, dank 60 Hertz, habt ihr natürlich eine riesige Grafikverschwendung. Bei was bringt es euch denn 500 Frames die Sekunde zu rendern, wenn ihr die gar nicht mal sehen oder wahrnehmen könnt? Also wird durch V-Sync eben das Ganze limitiert auf die Anzahl der Frames, die euer Monitor jede Sekunde darstellen kann. Eben auf die Herzzahl. Und da können wir aber auch hingehen, hier oben in Project Settings und das anschauen. Und da finden wir hier unter Display Window auch wieder hier unten ein bisschen runtergescrollt hier. V-Sync, den Modus Enabled, Disabled, Adaptive oder Mailbox. Und wenn es darum geht eben das Ganze zu aktivieren oder zu deaktivieren, nutze ich meistens hierbei nur Disabled oder eben Enabled. Per Code wiederum haben wir hier es auch sehr leicht. Und zwar haben wir einmal diese drei Methoden hier. Wir können einmal auf einem beliebigen Window-Objekt hingehen und dort den V-Sync-Modus über den Display-Server nutzen und das eben abfragen, ob das Enabled entspricht. Wie hier Window-Get-V-Sync-Mode für eine ID. Das Ganze auch hier unten eben statt bei einem Root-Window eben mit einer fest vorgegebenen ID. Oder auf der umgekehrten Seite unten drunter mit Window-Set-V-Sync-Mode. Wenn wir V-Sync-Enabled haben, nutzen wir den Modus Enabled, ansonsten einfach Disabled. Und natürlich auch wieder eine Fenster-ID. Die fünfte Einstellung sind die maximalen Frames pro Sekunde und zwar sowohl auf eurer CPU als auch GPU. Denn ihr könnt die gesamte Engine an ihrer Performance limitieren. Und das mit einer einzigen Zahl. Unter Project, Project Settings finden wir unter Application Run hierbei den Eintrag Max FPS. Wenn hier eine 0 drin steht, gibt es keine Begrenzung. Wenn ihr aber hier zum Beispiel einen Wert eintragt, wie, nehmen wir mal an, 60, dann läuft die Engine eben mit 60 Ausführungen pro Sekunde. Also euer Process wäre 60 mal die Sekunde am Aufrufen. Ihr könnt natürlich hier auch sagen, ihr habt vielleicht lieber 120 Frames, 144, 165, das ist dir überlassen. Natürlich in Abhängigkeit von deiner Leistung, vom Laptop, PC oder sonstigen kannst du hier einfach Einstellungen treffen. Im Code ist das Ganze genauso einfach mit nur gerade mal zwei Methoden. Nämlich einmal GetMaximum FPS. Die finden wir in der Engine-Klasse unter der Variable Max FPS. Und wir haben auch hier SetMaximum FPS, wo ich einmal einen MathMax nutze. Und zwar für den Fall, dass wir hier eine negative Zahl reingeben, wie eben minus 100. Dann ist das Maximum von zwei Zahlen eben hier bei 0. Und wir würden sagen, bei Zahlen im unteren Bereich unter 0 gäbe es keine Limitierung. Alles darüber eben von 1 bis unendlich im Grunde wird die Limitierung eben sein. Und auch dann setzen wir diesen Wert einfach auf die Max FPS der Engine oben drauf. Die sechste Einstellung ist Texturfilterung. Gerade wenn du Pixelart-Games machen willst oder eben saubere UI, die nicht verlaufen aussieht, dann ist das zu empfehlen. Denn stell dir mal vor, was passiert, wenn du ein Pixelart-Bild mit wenig Pixeln skalierst und breiter ziehst. Es sieht irgendwie verschwommen aus. Und das liegt eben daran, dass standardmäßig in Godot und auch in vielen Programmen einfach lineare Filterung aktiviert ist, die eben dann ein Pixel eben ihre Unschärfe macht, weil sie mit Nachbarn verlaufen. Wir gehen mal hier oben auf Project Settings und gucken mal hier unter der Kategorie Rendering im Abschnitt Textures hier auf der rechten Seite bei Canvas Textures hier oben. Und da können wir mal den Default-Texture-Filter einstellen, eben für alle Texturen, die wir hier haben. Und da haben wir eben die Wahl zwischen Nearest Neighbor, dem nächsten Nachbar, oder eben, wie bereits erwähnt, überall lineare Filterung. Wenn du Pixelart-Games machen willst, nimm unbedingt Nearest. Ich kann es nur empfehlen, wir reden auch hier bei einer Einstellung für das Root Window. Wenn du dir die Fenster-Notes, also die Window-Notes hier oben genauer anschaust und du ein bisschen runterscrollst in den Bereich Viewport, denn darum geht es ja gerade, finden wir hier den Abschnitt Canvas Items hier unten und darin auch wieder Default-Texture-Filter. Und zum Beispiel hier ist gerade eingetragen noch Linear. Wenn wir mal hier auf Nearest umstellen, dann können wir mal hier oben in den Bereich 2D gehen und hier oben in diesem Unterfenster würden jetzt alle Elemente, die hier drin sind, eben Pixel-Perfect dargestellt werden. Das könnte zum Beispiel hier unser Icon SVG hier sein. Egal ob in diesem Fenster gerade oder in unserem Unterfenster hier oben drunter. Wichtig ist, egal ob ihr Node-2D-Elemente nehmt oder wirklich Control-Nodes für UI zu bauen. Diese haben nämlich hier auf der rechten Seite nicht nur Material, Texture, Ordering und Visibility als Eigenschaften, sondern eben genau hier unten im Bereich Texture einmal Filter, Inherit. Und zwar wird jetzt von dem übergeordneten Viewport die Einstellung übernommen. Das heißt, in dem Moment, wenn hier oben euer Window oder euer Viewport sagt, ich bin mit Nearest Neighbor konfiguriert, gilt das für alle darunter befindlichen Elemente automatisch. Ihr müsst nicht jede einzelne Node konfigurieren, ihr müsst nur den Viewport ändern. Und per Code geht das genauso einfach. Ihr müsst dort einfach nur sagen, dass wir eben einmal hier den Viewport uns schnappen, dann einmal dort eben den Get-Default-Canvas-Item-Texture-Filter uns lesen und den können wir uns returnen. Oder umgekehrt nutzen wir eben einen Viewport-Default-Canvas-Item-Texture-Filter, ein INA, und können dann auf einem Viewport-Objekt das Ganze auch wieder setten. Die siebte Einstellung ist das MSAA oder auch bekannt als Multi-Sample Anti-Aliasing oder auf Deutsch gesagt Kantenklettung, in dem wir Bilder mehrfach samplen. Das sorgt dafür, dass Kanten schöner aussieht und zwar in der 2D- und in der 3D-Welt. Zu finden unter Project, Project Settings und dann hier unter der Kategorie Rendering finden wir hier unten Anti-Aliasing und dort haben wir MSAA 2D und 3D. Diese beiden Einstellungen hier gibt es eben mit Disabled, Zweifach, Vierfach oder Achtfach, eben Power of Two, Zweierpotenzen, und hier oben beide Einstellungen sind in dem Fall genau gleich. Das Ganze gibt es nicht nur hier in den Settings, sondern natürlich auch wieder für jede einzelne Window-Node die Sachen für euch rendern sollen. Und eben Stichwort Rendern, der Abschnitt hier unten heißt dafür Rendering. Siehe wieder hier, wir haben MSAA 2D und auch wieder 3D hier unten verfügbar. Das Ganze können wir also auch genauso per Code ansprechen und zwar genau so. Wir haben eine Methode namens GetMSAA, um das Ganze eben von einem Viewport oder eben auch einer Window-Node zu getten, denn nicht vergessen, die Viewports, die übergeordnet sind, können in dem Fall natürlich auch eure Windows sein. Aber die Einstellungen sind nicht spezifisch im Window, sondern allgemein in der Viewport-Klasse zu finden. Also GetViewport, GetMSAA 2D zum Getten, umgekehrt zum Setten, GetViewport, SetMSAA 2D, 3D. Am besten beide einfach nutzen dafür. Und diese Variante gibt es genauso auch über den Rendering-Server, denn der hat eben die Zugriffe und Einstellungen darüber, wie sich eben Viewports und Co verhalten sollen in Sachen Rendering. Dafür braucht ihr die sogenannte Viewport-RID oder RID. Die findet ihr in dem Falle, wenn ihr euren Viewport schnappt, per Methode GetViewport-RID. Darüber kriegt ihr die und dann könnt ihr die einfach hier einsetzen als ersten Parameter und als zweiten eben die MSAA-Einstellung. Die achte Einstellung ist ebenfalls Anti-Aliasing und zwar für euren Bildschirm in Bezug auf die UI-Elevente, denn die können ja auch gedreht, platziert, gestreckt sein, wie auch immer, mit verschiedenen Texturen und auch da können wir das Ganze anwenden. Wieder über Project Settings und dann eben auch wieder unter dem Abschnitt Anti-Aliasing hier unten, finden wir hier einmal Screen Space AA. Da habt ihr einmal auch die Beschreibung dazu in Kurzform und hier und daneben dieselben Einstellungen und zwar aber, Achtung, Disabled oder FXAA. Das sind die einzigen beiden, die ihr nutzen könnt eben, wenn ihr Kantenglättungen auf eurem Bildschirm machen wollt und genauso auch auf den Viewport-Nodes. Alle Viewports haben hier unten ebenfalls Screen Space AA mit denselben beiden Einstellungen. Neben dem FXAA für Fast Approximate Anti-Aliasing könnt ihr auch noch TAA nutzen, das ist nämlich Temporal Anti-Aliasing, da gibt es nur den Haken hier unten und den findet ihr auch in den Project Settings wieder. Im Grunde habt ihr hier sogar zwei Einstellungen, die ihr ansprechen könnt. Die könnt ihr auch hier rausnehmen und dann wieder per Code ansprechen, auf dieselbe Art und Weise wie vorher mit MSAA. In dem Falle Get Viewport, Get Screen Space AA oder eben mit Set Screen Space AA. Selbes Schema auch über den Rendering-Server hier unten. Für euch nichts Neues. Die neunte Einstellung ist Screen Space Ambient Occlusion. Eine Technik, die verwendet wird gerade im Bereich 2D und 3D, wenn es um Schattenberechnungen geht, und zwar sogenanntes Umgebungsverdeckung. Diese Sache nutzen wir also, wenn wir in relativ kurzer Zeit einfach Schatten berechnet haben wollen. Und das können wir auch aktivieren über die Einstellungen. In dem Falle Project Settings hier oben. Und wir müssen diesmal in die Kategorie gehen bei Rendering erneut. Und dann in den Bereich Environment. In Environment haben wir hier oben einmal SSAO. Das ist eben Screen Space Ambient Occlusion. Und dann können wir eben hier konfigurieren, wie die Quality davon sein soll. Bedenkt, je kleiner wir es machen, desto schneller geht es. Je höher, desto langsamer. Und auch hier haben wir noch weitere Parameter, die wir uns hier direkt einstellen können. Aber auch per Code ansprechen können. Ganz wichtig ist, diese Sachen arbeiten alle zusammen. Also diese sechs Sachen hier könnt ihr auch per Godot über eine Methode in C Sharp nachher ansprechen. Direkt ein Hinweis, ihr merkt schon, wir sind im Bereich Environment. Und es gibt doch in Godot auch ein passendes Objekt dazu. In 3D-Umgebungen hier, können wir hier oben sagen, fügen wir doch mal hier eine Environment in die Szene hinzu. Und wenn wir die auswählen, können wir mal auf der rechten Seite hier im Bereich Environment schauen. Dann haben wir hier in diesem Ressourcen-Objekt, nämlich direkt hier, SSAO, hier oben drinnen stehen. Da können wir den Haken setzen. Und dann haben wir hier nochmal weitere Einstellungen. Das heißt, ihr habt einmal allgemeine Einstellungen. Und dann für jede Environment nochmal konkretere Detaileinstellungen. Im Code bedienen wir uns also hier zwei Stellen, den Project Settings und der Environment. Fügen wir uns das mal hier unten drunter hinzu, und zwar hier hin und schauen uns an, was wir hier brauchen. Erstmal Environment, in dem Falle meint das Cotto-Environment-Objekt. Dann haben wir eine Methode, bool-get-ssao-enabled. Und zwar wollen wir von der Environment hier unten lesen, ob für diese Umgebung, für diese 3D-Welt, die in unserem Viewport drinnen ist, hier eben, das ist SSAO-Enabled, gilt ja oder nein. Umgekehrt können wir das Gleiche machen, uns die Environment einmal wieder lesen und über eine Set-Methode das Ganze auch enablen. Geht genauso. Eine weitere Einstellung, die wir uns auch lesen können, ist, über die Project Settings hierbei zu gehen und zu sagen, lesen wir doch mal die aktuelle Quality hier oben aus. Die Quality in dem Falle ist in den Project Settings eine Variante und die können wir als Integer 32 eben als Ganzzahl mit 4 Bytes auslesen und interpretieren. Und wenn wir das dann wiederum über unser Inam umcasten hier unten über den Rendering-Server Environment-SSAO-Quality, dann kriegen wir den passenden Wert zurück, den wir weiterverarbeiten können. Beim Setzen, wie bereits geteasert, wird es ein bisschen aufwendiger. Nicht nur können wir die Project Settings nutzen zum Setzen der allgemeinen Einstellungen, sondern wir können über den Rendering-Server hier unten Environment-Set-SSAO-Quality aufrufen mit, wie bereits erwähnt, 6 Parametern. Das sind die gleichen Werte gerade hier unten für die 5, wie wir in den Settings gesehen haben. Nur hier oben die Quality tauschen wir gerade aus. Damit haben wir also schon mal 9 wichtige Video-Einstellungen abgedeckt. Und wir machen mal eben noch hier eine Region, um all die Methoden, dass wir das Ganze zuklappen können. Hier oben, Hashtag Region, machen wir hierhin Video Settings mit 2T. Und dann verschieben wir das End-Region unter den Code hier unten drunter, ungefähr hierhin. Und dann haben wir die Wahl, das ganz oben einfach mal zuzuklappen, und zwar über den Pfeil hier links am Rand. Soweit, so gut. Wenn du noch weitere Einstellungen selbst bauen willst, wie Helligkeit, Kontrast, Umgebungsdetails, Texturqualität, Schattenqualität. Es gibt auch dafür manche Einstellungen in den Project Settings direkt, aber für vieles davon musst du auch selbst Logik bauen, dann eben Meshes austauschen oder eben Texturen. Und das bedarf ein bisschen mehr eigener Logik, damit das Ganze direkt funktioniert. Ansonsten schau dir wie gesagt die Window-Node an, die Viewports, auch die Environment und die Project Settings. Es gibt massenhaft Konfigurationsmöglichkeiten. Alle davon helfen dir in jedem Falle, dass dein Projekt nachher besser laufen soll oder auch besser aussehen soll. Kommen wir jetzt zur Kategorie Nummer 2, Audio-Einstellungen. Das ist deutlich leichter im Vergleich zu Video, denn hier kann man sich überlegen, was braucht denn ein Spiel für Einstellungen? Im Grunde Lautstärkeregler und das war es eigentlich auch schon. Vielleicht auch noch die Wahl des Wiedergabegeräts und ob eben gewisse Sachen gemütet sein sollen, ja oder nein. Dafür haben wir in Godot das Audio-Bus-Layout. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, verlinke ich in meiner Videobeschreibung. Aber kurz gesagt, hier unten im Tab Audio finden wir hier erstmal unseren Bus Master. Das ist eben die Hauptlautstärke. Die können wir hier mit S umschalten von Stereo auf Mono, mit M können wir die auch muten oder daneben eben mit dem B bypassen, eben einfach überspringen von der Verarbeitung her. Und hier haben wir einen Lautstärke-Regler eben, derzeit 0 Dezibel, den können wir hoch und runterziehen. Fühlt eben lauter oder leiser. Unten drunter können wir auch hier noch hingehen und Effekte hinzufügen, eben wie Equalizer, vielleicht wie ein bisschen Reverb, Limiter und weitere Einstellungen. Obendrauf können wir auch in Godot Sachen auswählen, wie unser Wiedergabegerät. Und das Ganze geht per Code in sehr wenigen Methoden super einfach. Was du dir merken musst, ist der Name eines Audiobusses, in dem Falle hier Master. Zuerst bauen wir hier in Region eben Audio Settings, um nachher hier alles reinzupacken, was Audio angeht. Beginnen wir mit der Frage, wie lesen wir Lautstärke, wie setzen wir Lautstärke? Das ist ziemlich simpel, mit zwei Methoden in diesem Falle. Wir haben einmal hier oben Public Bull, Try Get Volume, versucht die Lautstärke zu lesen. Das kann klappen oder schief gehen, und zwar abhängig von dem Namen hier oben. Dann nutzen wir auf dem Audio Server die Methode GetBusIndex, um für diesen Namen, zum Beispiel eben Master, den Index zu finden. Master dürfte standardmäßig auf Index 0 sein, man weiß aber nie genau. Dann, wenn wir merken, hier kommt eine Minus 1 raus, haben wir dafür keinen Bus. Das wäre blöd. Wenn wir aber einen haben, dann nutzen wir den Audio Server und machen hier GetBusVolume in Dezibel für eben unsere Bus ID. Und das Ganze geben wir nach außen zurück. Bei TrySetVolume hier unten drunter wiederum dasselbe Schema. Wir versuchen erst die ID herauszufinden, und wenn wir die haben, dann machen wir hier eben SetBusVolume Dezibel. Wenn wir lesen wollen, ob eine Spur gestumm schaltet ist, oder wir sie stumm schalten wollen, gibt es auch wieder zwei Methoden mit dem ähnlichen Aufbau eben, und zwar TryGetMuted und TrySetMuted. Beim Get dasselbe Schema immer. Wir holen uns erst die Bus ID, und wenn wir das Ganze lesen können, dann haben wir hier unten auf dem Audio Server die Methode IstBusMute für eben die Bus ID. Ist das Ding gemutet, ja oder nein? Umgekehrt, wo wir lesen können, können wir auch schreiben. TrySetMuted in dem Falle hat Audio Server SetBusMute die ID und eben True oder Forza hinten dran. Dann ist eben die Spur stumm geschaltet oder halt eben nicht. Wie können wir herausfinden, welche Wiedergabegeräte, wie eben Kopfhörer, verbunden sind und welches wir gerade nutzen? Ganz einfach. Wir können im Audio Server zwei Methoden nutzen. Einmal Audio Server GetOutputDeviceList und wir haben Audio Server SetOutputDevice. Das heißt, wir haben einmal hier oben alle verbundenen Geräte, alle verfügbaren, und wir können ein aktuelles setzen. Beim Mikrofon übrigens genau das Gleiche. Wir können über den Audio Server einmal alle verbundenen Eingabegeräte getten und auch ein passendes dazu setten. Man muss aber sagen, mit Mikrofon, Aufnahmen und Voice Chat ist es noch eine Sache in Godot. Da sollte man lieber auf Third-Party-Libraries zurückgreifen, gerade noch, weil es noch eben seit der Vierer-Version ein bisschen buggy ist. Und damit haben wir auch schon alles im Bereich Audio-Einstellungen erledigt. Die dritte Kategorie sind die Spracheinstellungen. Und da ist es ganz simpel. Es gibt ein Locale, ein Kürzel eben. Zum Apple eben kennst du vielleicht Deutsch-Deutschland, Deutsch-Österreich oder Deutsch-Schweiz, sowie Englisch-United-Kingdom oder auch Englisch-USA. Wir können über Project Settings hier oben im Abschnitt Internationalization in der Kategorie Locale hier unten einen Fallback-Locale eintragen, eine Lokalisierung eben. Und die steht gerade drin EN, eben für Englisch. Das heißt, wenn wir eine Übersetzung nicht finden können, greifen wir automatisch immer auf Englisch zurück. Wir könnten auch hier in dem Fall kombinieren, welches Kürzel wir genau verwenden wollen, meinetwegen. Ob jetzt eben Englisch-USA oder Deutsch-Deutschland eben. Das ist eben nur unsere Fallback-Language. Den Rest machen wir aber richtig per Code. Und da gibt es eigentlich nur eine wirkliche Sache, die man braucht. Und zwar aus dem Translation-Server zwei Methoden für das aktuelle Locale zu setzen. Und zu getten. Das Locale ist ein String in der Form wie zum Beispiel hier oben mal zum Zeigen kurz. DE-DE für Deutsch-Deutschland einfach hier. Ihr seht, da kommen verschiedene Vorschläge dafür, auch direkt von der KI hier. Englisch-USA, Spanisch-Spanien, Französisch-Frankreich, Italienisch-Italien und so weiter. Das sind solche Kürzel oder auch teilweise einfach nur hier Deutsch oder eben Englisch würde auch genauso gehen. Und die können wir auch hier oben nutzen, diese Kürzel. Und hier über Set-Locale eben im Translation-Server als aktuelle Sprache unserer Anwendung widersetzen. Sobald wir das Locale ändern, werden alle lokalisierbaren Elemente im Spiel, also eben alle Texte, die eben Automatic Translation aktiviert haben, übersetzt in den passenden Text, der hoffentlich von euch vorher eingefügt wurde. Da haben wir ein eigenes Video dazu gemacht, zu Translations. Unbedingt mal angucken. Ist ein sehr cooles Thema in Godot. Kategorie Nr. 4, Steuerung oder auch Tastenbelegung. Das ist ein etwas komplexeres Thema, was wir aber auch nur mit zwei Methoden abfrühstücken können. Um das kurz vorab zu verstehen, ein Blick in die Godot Engine und in die Input Actions. Und zwar unter Project, Project Settings hier oben, im zweiten Tab Input Map. Wenn wir hier oben mal Show Built-in Actions aktivieren, finden wir hier eine Liste verschiedener Input Actions. Der Name hier ist zum Beispiel UI Accept, UI Select, UI Cancel und so weiter. Die haben alle jeweils zu ihrem Namen eine Deadzone von 0,5 rechts eingetragen. Und unterhalb ihres Namens finden wir verschiedene Keybindings oder eben Input Events. Hier in dem Falle drei Keyboard Keys, nämlich Enter und Space und noch KP Enter. Das ist auf dem Nummernblock. Bei UI Select haben wir hierbei den Joypad Button. Wenn wir ein bisschen durchgucken, finden wir auch hierbei Joypad Access, Left, Stick, Left. Und da gibt es das eben für verschiedene Einstellungen. Das heißt also, wir haben grundlegend die Idee, dass immer ein String mit einem Float zusammen eben die Kennzeichnung ist für eine Input Action. Und unten drunter quasi listenartig verschiedene Tastenbelegungen angehangen sind. Und die können wir also auch so per Code uns vorstellen und bauen. Hier füge ich uns mal eine neue Region hinzu und zwar die Input Settings. Und wir haben hier insgesamt also jetzt fünf verschiedene Methoden, die wir aufklappen und zuklappen können. Einmal hier oben Set Input Action. Da fängt das Ganze an. Wir haben gesehen, es gibt einmal einen Namen, eine Dead Zone und dann Tastenbelegung. Nämlich meinetwegen Keyboard, Joypad, also Gamepad Buttons oder eben Gamepad Motion. Das sind eben Achsen wie Left Stick und Right Stick. Oder auch die Trigger. Die Idee ist ganz simpel. Zuerst fragen wir mal nach, ist der String null oder empty von unserem Namen? Das wäre ungültig, dann können wir nichts hinzufügen. Gibt es diese Action bereits in der Input Map? Input Map Has Action sagt aus, es gibt die bereits. Dann würden wir auch abbrechen. Ansonsten, wenn es die noch nicht gibt, fügen wir unsere Input Map, die neue Aktion hinzu mit dem Namen und der Dead Zone erstmal. Das ist Schritt Nummer 1. Danach, wenn wir das gemacht haben, müssen wir uns unsere drei Parameter hinten dran angucken. Nämlich eben den Input Event Key, Joypad Button und Motion. Wenn die jeweils nicht null sind, wollen wir dieser Input Action ein Event adden. Input Map Action Add Event macht genau das. Für einen gegebenen Namen hier in dem Falle, wollen wir dann eben die Tastenbelegung fürs Keyboard hinzufügen, den Gamepad Button und die Gamepad Motion. Das sind die drei Sachen. Und dann können wir hier sagen, return mir true. Das ist die Logik, wie wir hier das Ganze einmal aufbauen können. Danach haben wir das Getten, das Gegenstück. Nicht nur hinzufügen, sondern auch laden, so wie wir das Ganze können. Und fürs Laden brauchen wir in dem Moment eigentlich nur erstmal den String Name hier oben. Der Name soll eben der Indikator dafür sein, also eben der Schlüssel, um nachher diese drei Tastenbelegungen wieder herauszulesen. Zuerst drücken wir hier mal ab, if String is null oder empty. Oder haben wir die Input Action gar nicht, dann brechen wir hier mit der Info in dem Falle direkt ab. Und ansonsten, wenn das der Fall ist, dass wir die finden können, dann holen wir uns alle möglichen Input Events aus der Input Map heraus, über Input Map Action Get Events für den gegebenen Input Action Namen. Und dann nutzen wir hier unten die System Link Library mit dem First or Default. Eben ein Namespace, den wir hier oben nutzen und inkluden können, using System Link. Und wir fragen ab, für alle Input Events in diesem Array, gib mir einmal ein Keyboard Event aus. Und zwar das First or Default, für das gilt, das Input Event ist vom Typ Input Event Key. Und wenn wir da einen Treffer haben, dann wollen wir das allgemeine Input Event Objekt zurückgeben, und zwar umgecastet als ein Input Event Key. Das gleiche machen wir unten drunter nochmal eben für den Joypad Button und die Joypad Motion. Dann sind bestenfalls alle drei Variablen hier oben auf den Out Parametern eben beschrieben, und wir können diesen Wert nach außen geben. Umgekehrt haben wir hier unten auch noch die Wahl des Delete Input Action. Wir können mit einem Namen von einer Input Aktion sagen, wenn die Input Map diesen hat und der Name auch gültig ist, dann gehe hin und erase diese Aktion. Die Input Action soll rausgelöscht werden, samt allen Keybindings. Dann verschwindet sie aus der Input Map hierbei komplett. Und das sind die drei Kernsachen, die ihr brauchen werdet eben. Und mit diesen drei Sachen machen wir einmal ein Beispiel, und zwar hier unten Set Custom Input Action Example. Mal angenommen, für euren Spieler wollt ihr die Funktion bauen Lauf nach vorne oder nach oben, wie auch immer. Und dieses Ganze, das Walk Forward, soll es mit drei Tastenbelegungen geben. Zum einen auf dem Input Event Key, also eurer Tastatur, wollt ihr den Pfeil nach oben nutzen. Und ihr könnt auch noch sagen, ob ihr hier Alt gedrückt, Steuerung gedrückt, Shift gedrückt oder auch euren Operation System Key, also eben die Wunder, das was ihr gedrückt halten wollt, ja oder nein. Müsst ihr wie gesagt nicht. Das wäre Variante Nummer eins. Ein Anlegen eines Input Event Key Objekts. Nummer zwei. Ihr wollt auf dem Gamepad das D-Pad nach oben drücken zum Bewegen. Das ist ein Input Event Joy Button. Und da können wir einfach sagen, hier der Button Index ist Joy Button Deep Head Up. Und beim Left Stick müssen wir uns auf eine Achse und einen Wert beschränken. Die Achse in dem Falle ist Left Y, also auf dem linken Stick die Y-Achse nach oben und nach unten. Nur ihr müsst bedenken, in 2D Ingo Duo geht Plus nach unten und Minus nach oben, sowie auch Plus geht nach rechts und Minus nach links. Also wollen wir in dem Falle nach oben drücken, das wäre ein Achsenwert von minus eins. Und mit diesen drei Objekten hier und dem Namen oben drüber, können wir jetzt unsere Methode Set Input Action hierbei aufrufen mit allen fünf Parametern. und dann würden die im System angemeldet werden. So einfach ist es. Das Gegenstück dazu wäre wiederum Get Custom Input Action Example. Wir nutzen einen String eben, unsere Aktion Walk Forward. Und dann können wir hier einmal versuchen, das zu lesen. CanGet liefert uns zurück, eben ob das klappt oder halt eben nicht. Und dann kriegen wir für den gegebenen Input Action Namen hier unten drei Parameter raus, nämlich das Key Event, das Button Event und das Motion Event. Also eben die drei Tastenbelegungen, zumindest sofern sie vorhanden sind. Und damit kommen wir auch zur fünften Kategorie, Gameplay. Wie bereits erwähnt, kann ich dir diese nicht wirklich per Code zeigen, denn es kommt drauf an, was du für eine Art von Spiel machen willst. Jedes Game hat seine eigenen Besonderheiten, seine Eigenschaften, seine Merkmale und kann an verschiedenen Einstellungen gefeintunet werden. Etwas, was dem Spieler eben ein gutes Gameplay-Feeling eben gibt. Das kann auch sein, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Uhrzeit, ein 24-Stunden-Format oder lieber 12 Stunden mit AM und PM wie im Englischen. Die Temperatur. Willst du lieber Celsius nutzen oder Fahreinheit? Nur als Beispiel. Willst du Kilometer nutzen oder willst du Meilen nutzen? Also Einheiten-Systeme, metrisch oder imperial? Genau eine gute Frage. Oder willst du deinem Spieler einen Namen geben, eine Farbe zuweisen, ein Avatar-Wild geben, vielleicht irgendwie eine Art von Spieltempo oder Modifikation festlegen? Oder auch bei einem Rennspiel eben die Gangschaltung? Willst du automatisch fahren oder manuell? Da musst du dir passende Datentypen überlegen, die als eigene Art von Klasse gestalten, zusammenbündeln und dann mit verschiedenen eigenen Methoden setzen oder auch wieder lösen. Kommen wir jetzt zur großen Frage, wie speichern und laden wir eigentlich all diese Optionen? Video, Audio, Sprache, Eingabe. Dafür bauen wir uns eine neue Container-Klasse und zwar hier per Rechtsklick Add-Klasse oder Interface und die nennen wir Settings. Diese Klasse ist, wie gesagt, eine Container-Klasse. Sie speichert nur Variablen ab und das temporär. Und ganz wichtig ist, sie sollte weder von Node noch von Resource noch von irgendwas, was Kodo hat, ableiten. Denn die ist nur temporär existierend. Hier drin fügen wir einfach alle Variablen hinzu, die wir brauchen, um genau zu sein. Alle die, die wir speichern wollen. Wir haben jetzt mal hier von jeder Kategorie einfach mal ein Paar genommen. Und zwar haben wir mal hier vom Bereich Video die Auflösung und ob wir Vollbild haben, ja oder nein. Vom Audio die Lautstärke des Masterbusses, von der Lokalisierung her, von der Language das Locale im Translation Server und vom Input hier einmalig, deswegen extra sechs Variablen hier gemacht, die verschiedenen Infos zu einer einzigen Input-Action. Wichtig ist, wenn du hier mehrere Input-Action speichern willst, machst du natürlich am besten ein Array und baust hier eine Klasse, wo diese sechs Variablen drin sind. Zum Beispiel eben eine Container-Klasse namens Input-Action-Data mit diesen sechs Variablen. Da hast du eben hier eine Liste stehen von Input-Action-Data, die eben verschiedene Daten zu verschiedenen Input-Aktionen speichern. Dann nutzen wir von Kodo eben das File-Access-Objekt, geben einen Path an, und zwar der User-Path und sagen dort Write Read, damit wir eine Datei erstellen können. Und dann speichern wir dort den String drin und machen die Datei zu und sind fertig hiermit. Beim Loaden genau umgekehrt. Anstatt einfach alles zuzuweisen, machen wir daraus die passenden Objekte wieder. Und zwar hier. Wir lesen die Datei nochmal. Wir lesen den kompletten Text. Wir machen die Datei zu. Wir erzeugen ein neues Settings-Objekt aus dem JSON-String. Und dann setzen wir die Resolution, Fullscreen, die Volume, das Locale. Wir löschen, falls vorhanden, die Input-Action-Walk-Forward und setzen die hier auch wieder direkt hier rein. Und dann sind wir fertig. Das sind alle Einstellungen hier aus der Datei herausgeladen und gesetzt. Einfach nur mit dem Aufbau von den Getter- und Setter-Methoden, die wir zuvor im Laufe der Folge gebaut haben. Um das zu testen, machen wir noch einmal was an Ready hier unten. Und zwar fügen wir hier drei Zeilen hinzu. Dann mit Base-Ready aufrufen. Wir machen Set Custom Input Action Example, dass wir einmal unsere Walk-Forward erstellen. Und dann speichern wir die mal eben alle ab. In Godot machen wir einmal Alt-B zum Neubauen der DLL. Dann machen wir in der Szene auf Application Rechtsklick Add Child Note und wir suchen mal nach Settings Controller. Das ist diese hier. Wir machen Speichern und drücken mal hier oben auf Play. Ihr seht, wir kriegen keinen Fehler hier unten. Nichts, der Code läuft einwandfrei durch. Und jetzt ist die Frage, wo sind unsere Settings? Wenn wir im Windows Explorer mal %AppData % eingeben, kommen wir in unseren Roaming-Folder. Da gibt es einen Ordner namens Codot. Und der hat App-User-Data. Jetzt suchen wir mal nach Folge 30 Game Settings hierbei. Und da haben wir unsere Settings JSON. Die ziehe ich mal eben hier unten in Japan's Rider hinein. Und zwar hier. Und siehe da, da haben wir unsere Einstellungen. Eben mit currentlocal.de.de, Walk-Forward, mit eben den verschiedenen Einstellungen dazu. Und dann hier oben noch die Auflösung und Fullscreen auf False. So einfach wurde es gespeichert. So schön lesbar ist es. Und das Beste ist, ihr könnt die Sachen jetzt sogar in dem Falle hier konfigurieren, außerhalb, während eure Anwendung gar nicht läuft. Und dann beim nächsten Start einfach die Load-Methode aufrufen und alles wieder reinladen. Und das war die heutige Folge aus dem Godot Engine 4 Guides für C-Sharp und .NET. Wieder mal eine XXL-Folge, aber wunderbarer Inhalt zusammengefasst mit den wichtigsten Dingen, die du für dein Projekt und dein Spiel gebrauchen kannst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, lass unbedingt einen Daumen nach oben da. Gerne den Kanal abonnieren, denn wie gesagt, bald starten neue Tutorial-Serien mit neuen Inhalten, auch zu Godot. Und da kannst du in jedem Falle gespannt sein drauf. Und wenn du noch Fragen hast, Feedback geben willst oder auch einfach mal Hi sagen willst, dann gerne ab in die Kommentare unter diesem Video oder ab auf den Discord oder unseren Twitch-Livestream. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr's truly most wanted. Bye, bye, tschüss.